Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir mal gar nichts und heute packen wir mal das nächste Paket aus und hier ist der Ultraschallnebler drin, was hier drin war, habe ich schon mal rausgenommen, der ganze Verpackungsmüll. Und hier haben wir den Ultraschallnebler, den werden wir gleich nochmal auspacken, ich lege den jetzt erst zur Seite. Und den Ton, boah der ist ganz schön schwer. Und den werden wir im nächsten Video auch benutzen. Natürlich kommt noch ein Unboxing von den Pflanzen, der Karton ist jetzt leer, den tun wir jetzt mal zur Seite. Und wir machen mal den Ultraschallnebler auf. Ich lege den mal hier hin, ich hoffe man sieht das so gut. So, jetzt bräuchte ich natürlich eine Scherze, habe ich ja gerade nicht. Ich habe hier nur so einen Stecker. So Leute, so kann man es auch machen. Und jetzt macht man ihn mal auf. Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung, braucht man auch nicht wirklich. Und hier haben wir dann den Ultraschallnebler. Hier haben wir anscheinend so einen Spritzschutz. Auch nicht schlecht. Lege ich mal hier hin. Das Netzteil. Schön klein und kompakt. Auf jeden Fall praktisch. Und hier muss er an der Ultraschallnebler drin sein. Ich packe das hier schon mal weg. So, machen wir es mal auf. Ja, das Teil ist ja wirklich klein und kompakt. Schön aus Metall auch. Also es ist wirklich sehr schön mit einer LED. Und das ist wirklich gute Qualität. Und ja, das war es auch schon von diesem Unboxing. Das war wieder relativ kurz. Bei den Pflanzen wird es natürlich noch ein bisschen länger. Und ich bedanke mich für das Zusehen und ciao Leute.